Hallihallo Leute, der Livestream startet jetzt gleich mal. Einfach, also wenn ihr das Video seht, ist der Livestream schon online. Link unten in der Videobeschreibung. Wir werden heute Minecraft spielen und vielleicht auch noch ein bisschen Rocket Leech mit Gästen. Deswegen, ja, ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut. Also wir sehen uns im Stream. Tschüssi!